hallo hallo ich bin's harald der bürgermeister von mr fluffy town du kannst dich alles mr fluffy nennen das gehst du nicht das heißt ich übrigens gar nicht da musst du mal aufpassen dass du stirbst ja willkommen zurück zur stadtgründung wie nennen wir die stadt denn die muss ja einen cool namen haben die zu uns beiden passt die verbindung aus schave und raffi scheiß town wobei du nicht die town schraffilien das schnell schraffiliat schraffiliat schraffilien so ein bisschen wie aus gilead wir sind hier in italien und ja wie nennen wir das dann weiß ich nicht wir können erst mal die stadt bauen und dann später entscheiden okay oder die leute können ja mal einen namen in die kommentare schreiben oder so ja irgendwas spannendes ganz okay aber natürlich herzlich willkommen zurück genau und das wollte der raffi jetzt ja ohne euch machen warum wir haben uns hier schon so ein bisschen informiert ja schon richtig hart informiert vor allem so ich baue mir erst mal eine kiste ich brauche platz ich brauche mehr platz platz am meer meinst du ja das auch links ist meine kiste ok ok habe ich mich einmal verklickt dann war es zu spät so ein pech aber auch ok also ich packe mal all mein zeug weg ich auch einfach ich glaube ich tue einfach alles weg ja ich habe auch mein inventar ist komplett leer einfach alles muss raus ich glaube ich mache meine säcke sogar leer wieso die habe ich jetzt da reingepackt erstmal ja einfach weil ich es kann ja aber wieso also mach ruhig mach ruhig ich mache das wenn dann später ok das dauert eh nicht lang meine zweite kiste das ist auch meine kiste schau schau was denn ich bin da nicht dran nein überhaupt nicht ich bin da nicht dran nein die kiste geht von so auf aber ok wir wollen hier nicht die leute auf die folter spannen doch ich schon so mein inventar ist clear wir haben uns informiert wo ist mein bett ich stell noch kurz mein bett auf so zack und torches kann man eigentlich betten auf kisten stehen ich habe nicht auf einer kiste schlafen so also das der hier ist unsere base nice und hier hin werden wir immer wieder zurückkommen genau ne quatsch also wir gehen erst mal in creative mode beziehungsweise erst mal schlafen oder können wir schon schlafen nein komm wie hell das noch ist ok dann gehen wir mal in creative mode wenn wir nämlich kurz gucken dann können wir einfach bild eingeben und dann sehen wir alle gebäude die wir bauen können unglaublich das dritte ist das wichtigste will ich mal so dazu sagen das dritte hatte ich ach so meinte ach da muss ich jetzt jetzt muss ich hier wieder auf inventory und auf cheat gehen sonst geht das nicht warum ich bin einfach in creative mode aber da konnte ich mir gerade nichts rausnehmen na klar nein das ging mal ist halt wieder rückgängig das ging aber nicht einfach links klick und dann links in dein inventar nee also so nimmt er da nichts ich kann das ziehen dann geht es ja geht es auch nicht nein das geht nicht hier cheat mode geht ja auch das ist alles so komisch hier schlafen was wollen denn unsere town alles haben wir müssen ja nicht nur gondorian structures machen wir können ja auch diese tower machen oder diese bieten tower da ja so an die ecken passt das ganz gut ich würde vielleicht sagen dass wir erst mal unser gebäude bauen und dann außenrum alles aufbauen was wir haben wollen unser gebäude das heißt wir bauen jetzt selbst ein haus oder was nee also können wir auch machen aber ich hätte gesagt also wir holen so ja das ist okay das hat die frage was wir am liebsten wollen wir müssen jetzt auch nicht ich habe schon schöne sachen gefüllt ein 11 treehaus wir können auch ein treehaus machen rohan das würde so also das wäre ein cooler mittelpunkt zum treehaus grand elven treehaus wollen das irgendwo anders austesten oder gleich hier hinstellen wir stellen das direkt hier hin hier gibt es gibt keine zweiten versuche aber das wird dann der mittelpunkt würde ich mal sagen das heißt hier drüben irgendwo hier ja gib ihm ein bisschen platz hier hier in die mitte hier so rein ja hat er ein bisschen nach oben vielleicht noch bauen hier ja 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 schön geil das wird jetzt hier ziemlich multikultiert ist halt hier ein bisschen ja sieht unten nicht so schön aus aber es lässt sich gleich beheben glaube ich einfach so also hier heute gibt es mal eine kleine cheat folge ich hoffe mal das macht euch nichts aus aber wir bauen mal eine base genau was ich mal testen möchte ist so eine elbenhalle aber da muss man ja ich weiß jetzt nicht wie groß die ist das ist halt das problem das heißt eigentlich wirst du es schon irgendwo testen ja oder man nimmt das nicht so ernst und hat dann später ein riesen komplex der irgendwie miteinander verwoben aber wenn ich die so hin baue müsste die ja nach vorne bauen raffi ich teste das ist lieber aus irgendwo achtung okay die passt aber das ist voll gespoilert weil wir die eigentlich noch nicht kennen aber ist richtig geil hat er nichts an obenrum doch alles eine frau und die hat irgendwas beiges an was die frau hat nichts obenrum an das ist wie so eine lego titte aber das schaut schon mal richtig geil aus würde ich sagen das ist ein bett ich möchte auch so ein bett das passt schon voll gut zusammen das ist mein grünes bett doch voll kacke ja es ist alles elbisch ne das passt ganz gut jetzt bist du wieder dran ne oh gott jetzt musst du dir wieder was schönes auf jeden fall ist eine gondor smith smith hätte ich gesagt von mir ist ein loch er setzt es da rein soll ich ne das ist dumm zum unterirdischen blacksmith ich hatte mal gesagt einfach hier hin hier hier aber das ist aber schön so dann warte ich hab schon das nächste vielleicht noch eine zweite einfach hier hin wohin einfach hier daneben nochmal oder ist das langweilig wenn sie direkt nirgendwo anders sind das finde ich setz dich lieber nochmal woanders hin okay dann mach du erstmal wieder ich hab was ganz einfaches warte wo bist du ich bin hier oben wo oben hier hinter den elbenhaus vom baum weg hinter das elbenhaus ja ich komm warte wie hell das hier ist alter es blendet voll warte da ist wo bist du ah da bist du okay okay ich bin doch fast da ja ja passt achtung oh geil ja das ist wichtig die müssen wir aber echt immer so zwischendrin so ein bisschen setzen ja das ist so wir machen so parks ja so was gibt es noch vielleicht das gute ist auch dass die sich ja nicht alle miteinander vertragen müssen oder fressen die die hobbits schon wieder nein das regnet ah nein ich liebe den Regen es schaut einfach so geil aus ich hab den ausgeschaltet ich schritte er wie wärs mit dem gondorf fortress ja das gehört auf jeden fall dazu ähm warte den baue ich hier drüben hin hier haben wir schon so viele gondor sachen vielleicht so hier in die richtung ich hoffe mal das funktioniert so so wo bist du denn da oi das ist das fett aber okay wir wussten worauf wir uns einlassen aber ja doch ist nett ja doch kann man schon mal so lassen dann haben wir hier ein fortress ich würde gern ein anderes fortress bauen ok wie hießen denn die die bench sachen einfach nur hobbit picknick picknick bench ok rohan fortress das das gleiche oder na weiss ich nicht ob das genau so aussieht warte ich teste einfach Achtung bekommst du mit ich bin hier hinten warte warte ich hab hier noch zwei picknick sachen gebaut ha einfach so ohne zu fragen ja so schön unter dem baum da wo keine sonne scheint super so wo bist du ich bin dreh dich um hier oben ich hätte das so hier hinten hingebaut so ein bisschen weg was ist das das ist jetzt rohan fortress das ist nicht das gleiche achso nein ok ooooh so ein bisschen abseits das ist auch nice naja doch doch ja wir können ja nicht alle fortresse nebeneinander klatschen das sind ja so ja ist schon klar gibt es noch was das hier rohan barrow das sind barrow war das das langhaus wo wir mal drin gegessen haben wo mein pferd ab abgehauen ist ich weiß es nicht mhm was ist ein nurn nurn das ist schwarz ich glaube das ist das böse nurn wheat farm oh Dunlending Tavern oder lieber eine Hobbit Tavern die von einem Hobbit fand die schöner ich eigentlich auch aber ich mach noch kurz hier ein Elfentreehaus hier hier so hier vielleicht ja ja ok Glück gehabt schön wenn wir zu viel setzen dann wird es äh keine schöne Base ne naja also immer so also bäume ja nicht zu viele meiner meinung nach aber was gibt es denn noch schöneres warte ich muss Builds Blue Mountain House hatten wir noch nicht Blue Mountain Stronghold Blue Mountain House ist das nicht so ein ehrlich gesagt möchte ich mich da nicht zu sehr freuen achso ja 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 weil in Blue Mountain waren wir noch gar nicht eben dann würde ich das erstmal lassen es wurde auch gesagt wir haben das verpasst aber wir haben ja gesagt wir gehen erstmal so den originalen Weg ein bisschen deswegen haben wir das noch gar nicht Ranger Tent aber ja warte ich hab noch was ganz einfaches äh da ja kleine Windmühle oh die geht auf jeden Fall immer Hobbit ah Hobbit Tavern haben wir hast du schon eine Hobbit wo sind die Windmühle ah hier oh daneben gleich die Hobbit Tavern hier pass auf hier so ah schön wie ich sie vermisst hab so muss das hallo die sind doch am schönsten eingerichtet finde ich finde ich auch ja guck mal der die tanzt die tanzt hier weil die besoffen ist zieh dich aus ich weiß noch ein bisschen was uns feiern alles klar äh noch was vorne da vielleicht noch ein kleines zweites Missy genau warte ich hab hier noch so einen Tower den ich mal ausprobieren will ausprobieren oh da hinten ist noch so ein Obelisk von Gondor da sollten wir auch mal gucken ne oder was war da irgendwas war da äh wie baut man den das so oh alter ja der war ziemlich groß stimmt aber das ist guck mal da kann man doch optimal eine Mauer dran bauen jetzt zwischen Gondor und dem Turm zwischen Gondor und dem also dem Fortress achso ja wir wollten da sowieso ne Mauer noch bauen gell ist so ein ziemlich guter Übergang ja ich hab noch ne zweite Smithy gebildet übrigens sehr gut hast du die übereinander gebaut? nein schau hier ne ne das macht automatisch achso das sieht sehr komisch aus ich dachte hm der erste sei nicht so schön fast hab ich noch einen drauf gebaut ob das geht? na gut wir testen das jetzt nicht man kann ja so ein Beacon Tower vielleicht auch noch in die Dings setzen in die Mauer ja da kann man so ein bisschen in die Mauer markieren eigentlich ja aber machen wir es im Nachhinein vielleicht lieber ja was gibt's denn noch? so was von Wood Elven Tower vielleicht Wood Elf Haus Wood Elf Haus kann man doch irgendwo hinsetzen den Wood Elven Tower hab ich ja gesetzt ne? echt? achso das war der ja ah ah ok gönne ich mir hier noch ein Wood Elf Haus Pau oh oh der stirbt oh hallo ok hatten wir so ein Farmgebäude mal gesehen? das kommt mir jetzt ziemlich fremd vor hier so ein was? ein Farmgebäude von den Hobbits nee es könnte auch sein dass das neu ist achso weil wir waren ja ewig schon nicht mehr im Hobbit äh in Hobbiten aber schaut cool aus es gibt ja noch ne zweite Etage ne? echt? die ist irgendwie versteckt ja ach hier ist die Treppe da oben laufen nämlich noch Leute lang oh oh Kuchen die haben echt überall zu fressen ne? das ist gar nicht mehr so schlecht eingerichtet eigentlich auch die Kisten sind gefüllt das ist gut oh no die haben immer was zu fressen da ja nett ne? unser Dörfchen wächst mhm sooo was brauchen wir noch? da haben wir so ein bisschen random durcheinander gewürfelt finde ich ja natürlich weil ich von allen Rassen irgendwas dazu bastel hm aber ich meine wir sind eine Multikulti Stadt das stimmt was war das denn noch? was wollte ich denn noch? Dunland Hillfort achso das war das glaube ich warte ich pack's nochmal ins Inventar damit du das siehst was hältst du davon? Dwarven Tower das waren doch die fetten oder? ja das war die richtige naja naja deswegen ich wollte es nicht setzen damit du siehst aber wollen wir mal grad schlafen Elfenturret vielleicht ich setz mal so ein bisschen an den Rand falls das wo bist du denn? ich seh dich gar nicht mehr ich bin grad bei der Windmühle ist es so dunkel bei der Mühle okay in die Richtung ahja soll ich hier ach schau mal das ist ein Elfenturret aber ich seh jetzt auch was oh da ist es jetzt dunkel äh schlafen wir mal kurz ja hab ich eben schon gefragt wohnen 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 achso wir haben ja betten stimmt ja man muss es ja nicht übertreiben so mit den Zeiten das finde ich immer ein bisschen ja ja für die ganz faulen und wir haben geschlafen während es auf uns niedergeregnet hat das ist auch schön ja aber sieht ja an sich schon mal ganz nett aus ne ich meine die Stadt muss ja nur ein bisschen gefüllt werden vielleicht als noch nicht mehr so viel Variation reinbringen sondern einfach die Sachen die wir schon haben so ein bisschen vermehren vielleicht ja dann bin ich so für diese Türme hier die sind ja schon recht schlicht die Elfenturrets genau dass so dieser dieser andere Elfenturm so ne Ausnahme ist und die Festungen auch okay das heißt dass man die weiter benutzt okay so als Mauer meinst du jetzt genau dass man da jetzt so nen Rand absteckt sag ich mal also hier zum Beispiel ups und dann hier so ey ich will auch einsetzen achso entschuldigung ich hätte jetzt fast einen genau daneben gesetzt genau setzen wir halt da wollen wir die Sachen hier einschließen auch schon oder dass die hier oh ich hab den alten genommen ne ja ja egal ja stimmt ja ist egal die müssen ja nicht immer alle gut sein ja doch die Farm ist eingeschlossen dann würde ich sagen gehen wir mit der Mauer ne wir können ja die Mauer an die Festung anschließen hier oder oder willst du die einschließen kann man eigentlich schon kann man eigentlich schon oder ja oder weiß nicht ich glaub das passt nicht wirklich in die Mauer rein ja aber willst du die einschließen wir hast ne Festung in der Festung wir sind doch nicht Minas Tiere ja dann lass die ausschließen wir können da äh vielleicht dann könnten wir eigentlich hier ne Mauer durchziehen gell und die Hobbit Farm und das die hier ausschließen hier so das könnten wir auch machen aber das haben wir den Tau dahinten schon gebaut ja der wird gesprengt ist gar kein Thema krieg ich hin sollen wir den kaputt machen oder was oh nein er stirbt jetzt hab ich ihn wieder in den Ruint genommen Schawo Angboa de Gondor Archer stirbt weil ein Haus auf ihm gespawnt ist der Arme das ist ein ganz dramatisches Schicksal ich mach mal den Turm hier drüben kaputt den du gesetzt hast fälschlicherweise ich glaub das war sogar nicht da hatten wir uns drauf geeinigt mein Freund da hatten wir uns drauf geeinigt ah pure Zerstörung bisschen TNT vielleicht nein aber doch also ich bin ja immer dafür du bist hier der Spießer hey stimmt gar nicht wir können ja noch so ein Gondor Fortress machen gell achso und die Biegentowers wollten wir auch noch einbauen gell ach genau das stimmt ich weiß schon auch noch in die Mauer dann wird das aber ziemlich viel ok aber an sich sieht das schon mal ganz gut aus soll ich dir helfen Raffi? das wär net ja hier haben die einen achso nein ich dachte schon dann gehts noch weiter nach unten gut dass die keinen Keller haben grrrr siehste hätte ich hier auch den Ruin gesetzt hätten wir nicht so viel abordnet ja das ist ein paar Blöcke weniger die fünf Blöcke da jedenfalls ein cooles Dings Schachbrettmuster hier oh das ist schön das sind schöne Steine ich hab auch gesagt wir nehmen so weiße Steine für die Mauer ja ja wenn dann müssen wir das genauso bauen ja wir sind jetzt die weiße Stadt eben wir machen Minas Tirith hier den Rang abläufig den Boden gleich meinst du? das auch ja genau greifen wir später an mit unserer einen gezüchteten hier Armee ja fälschlicherweise hat man ja auch gedacht wenn ich die Hose runter lasse dass die Olifanten los sind aber das wäre gar nicht was denn? nix passt schon hat er dir nicht gefallen dieser Witz? ich fand den eigentlich ganz nett das ist so gar nicht meine Art aber irgendwie fand ich das jetzt mal ganz gut war voll die getrillte Musik irgendwie grad im Hintergrund voll die Elevator Musik du 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 so ok dann haben wir eigentlich schon die Mauer hier so eingegrenzt ne? würde ich mal so behaupten na nice ähm dann fehlt aber noch irgendwas wir können ja mal draußen noch so ein paar Windmühlen hinsetzen wie heißt die gleich mal? Windmill Windmill? ah ok hm hier vielleicht noch so ne so ne Windmill gibt es eigentlich sowas wie ähm Dings Dings äh so Gates oder sowas oder müssen wir die dann selber bauen? ich glaub nicht dass es die gibt ne also man kann ja mal gucken aber ich hab sie nicht gesehen so auf dem Hügel drauf so ne Windmill ja ist ok dann kannst du auch noch so ne Farm daneben setzen oder sowas eigentlich schon Farm hier irgendwie hier so zack boah warte bis dahinten da muss ich mal gucken na gut das schaut jetzt nicht gerade so geil aus hier wieso wieso achso oder wollen wir das später machen? Ich weiß gar nicht. Vielleicht so Teils jetzt, Teils off-camera. Teils off-camera, okay. Das ist gut. Wir müssen uns halt auf eine Struktur einigen. Wie heißt denn der Stein hier überhaupt? Klick ihn doch einfach an mit dem Mittleren Maus. Wollen wir so eine einfache Einsammauer machen oder so eine Dreie und oben halt eins zum drüber gehen? Willst du es wieder so kompliziert machen wie in 4TBs? Ich glaube, das dauert ganz schön lange. Ja, eben, deswegen dachte ich halt. Das ist halt einfach eine Einsammauer machen, oder? Ja. Okay, vielleicht wie hoch. Testen? Ich weiß es nicht. So. 4, 4, 5. Ich mache mir gerade erstmal hier so ein bisschen den Weg. Ich glaube, 5, 5 oder 4. Dann bin ich für 5. Ich meine, da werden nicht auf die Ressourcen gucken müssen, bin ich schon dafür. 1, 2, 3, 4. Komm, warum verbaue ich mich eigentlich die ganze Zeit? Mano. Ja, Schawo. Und ich aber direkt ganz gerade, gell? Nein. Schräg. Ja. 1, 2, 3, 4. Nein, was schräg. Ja, nicht ganz gerade, hast du gesagt. Oder? Ja, aber halt, dass du nicht direkt von Turm zu Turm baust, sondern halt auch so ein paar Wellen vielleicht rein tust. Ja, mache ich doch. Ja, okay, ich sage bloß. Schau dir gerade nicht zu. Das wird eine geile Stadt. Wir können dann nachher noch ein paar Gebäude hinsetzen, wo noch ein bisschen Platz ist. Ja, ich habe auch noch eine andere Idee. Die muss ich dir später mal verklickern. Auf Kämmer. Ah, ist noch, ja, ist geheim, deswegen. Okay. Gehst du mal weg hier? Nee, ich will hier bleiben. Arawal, the Gondor Soldier. Ja, sonst platziere ich gleich einen Wachtturm auf dir, dann wirst du sie noch so davon haben. Der Arme. Ja, ich, das ist ja so, ne, wenn du jemandem Macht gibst, dann siehst du seine wahre Persönlichkeit. Und wenn man mir Wachtürme gibt, mein Freund, dann wirst du dein blaues Wunder erleben. So, ich habe meine erste Mauer fertig. Um zinnen machen wir wie? Einfach jeden zweiten Block einen Slab, oder? Äh, ja, würde ich sagen. Gibt es 11 Brick Slab, ja. Nice. Das ist jetzt nicht die beste Mauer, aber ich habe jetzt auch keinen Bock hier, mich drei Stunden hinzusetzen, um eine Mauer zu bauen. Nee, ich nehme mich auch nicht. So. Ich denke mal, das könnte man noch schöner machen, aber... Das ist die Frage, wie lange das jetzt hier schon dauern wird. Aber was sagst du dazu? So? Das passt doch eigentlich. Ich gucke es mir gar nicht an, was du da machst. Ich habe schon mal das erste Segment fertig hier. Guckst du mal? Warte, ich baue doch selbst. Ich kann doch nicht immer gucken, komm. Boah, ey. Die Leute denken nämlich, du sagst dann immer, ich würde nichts tun oder machen oder dingsen und dann... Deswegen muss ich jetzt hier hart arbeiten. Okay. Es wird kein Weg dran vorbei. Machst du, wenn du eine Kurve machst, noch so einen Block in die Ecke oder nicht? Nee, habe ich jetzt nicht gemacht. Okay. Soll ich? Gut. Dann können wir uns ja drauf einigen. Boah, wird das geil. Sehe ich jetzt schon. Wir werden die neuen Bosse von Mittelerde. Ich verteile dann hier die Ringe. So sieht das aus. Das neue Zentrum. Metropole. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Weiß ich nicht. Wenn es nach unten geht, soll ich dann auch noch ein bisschen nach unten bauen oder so auf der Höhe bleiben von den beiden Türmen, wo ich angefangen habe? Was? Also wenn es nach unten geht, bin ich auch nach unten gegangen von der Mauer. Okay. Das Ding muss halt, hier geht es noch so ein bisschen nach unten. Ach so, das Problem ist, dann hat man ein Problem mit den Zinnen. Vielleicht sollte man es gleichmäßig machen. Okay. Ich mache es jetzt doch gleichmäßig. Also zwischen den Türmen immer gleichmäßig. Genau. Bin ich immer dafür. Zack, zack, zack. Dann wird die Mauer hier zweimal extrem hoch, aber ist auch egal. Zwei, drei, vier. Wenn es nicht gefällt, kann man es immer noch wegmachen. Ja. Wegmachen ist ja bekanntlich leichter als bauen. Genau. Ref Igniter, weiß ich Bescheid. Brennt sogar die Ziegel nieder. Ja, so eine Nook, die kann was. Da haben wir ja schon Erfahrungen mitgemacht. Ja, es hat auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich habe gerne mit dem Rutsch gearbeitet. Also wenn wir mit Feed the Beast wieder anfangen, dann in so, keine Ahnung, ein paar Wochen. Wir fangen an, wie wir aufgehört haben. Genau. Und dann hören wir gleich wieder auf. Ja, und dann machen wir mal was anderes. Ja, genau. Red ich mal dafür. Also man kann ja nicht immer nur in Feed the Beast abhängen. So, ich fülle hier bei den Runes Dings auch immer wie die Löcher. Alter, war das dunkel. Bei den Runen-Tümen habe ich jetzt mal die Löcher gefüllt, gell. Boah, das ist ja langweilig. Ja, dann haben wir doch noch die Mosse-Dings dann. Oh, Mann. Du kannst ja deinen Runen-Turm so lassen, wie du willst. Ja, der bleibt so. Okay. Es bleibt alles so, wie es ist. Okay, dann schlafen. Andreas. Okay, schlafen. Ja, Andreas. Ich bin schon im Bett. Siehst du nur noch nicht. Ich bin zuerst im Bett. Verdammt. Nein, ich habe mein Bett kaputt gemacht. Oh, schau. Deshalb muss ich hier mir so ein normales Mal gerade cheaten. Cheaten? Habe ich gar nicht. Okay, dann. Ich habe mir schnell nämlich noch drei Wolle gefarmt, wenn du im Bett lagst und drei Holz und dann war das nicht geschehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, schau mal. Hier, der Picknick-Table wird ausgeschlossen von der Stadt. Nein. Nicht der Picknick-Table. Er ist dann voll gefährlich. Wer geht denn da noch essen? Ja, ich. Ich bin die Gefährlichkeit in Person. Man nennt mich auch Mr. Dangerous oder Mr. Fluffy. Mr. Danger. Ich habe einen Freund, der heißt Dunger. Das ist auch lustig. Dünger? Nein, Dunger. Aber Dünger wäre auch witzig. Ja, das wäre voll witzig. Aber ich meine, dann kann man ihn Mr. Danger nennen. In Amerika wahrscheinlich, oder? Wir müssen immer nach Amerika fliegen. Ja, ja, genau. Mein Name ist Danger. Mr. Danger. Mr. Danger. Geh mal da, geh weg da. So. Nicht über die Mauer springen. Ich habe schon die ersten Rebellen hier. Die üben für die Leichtathletik-WM und du machst denn das alles kaputt? Mann. Hast du eigentlich eine Kommentarfrage? Ich meine, das würde sich beim Bauten, äh, beim Bauten, beim Bauten jetzt mal so ein... Ja, ich meine, wenn die Folge eigentlich gleich hier beenden, dann bringt es das eigentlich nicht. Okay, nee, dann... Ich habe halt alle Pech gehabt. Ja. Müsst ihr euch bei Schaub beschweren. Das ist... Eiskalt... Warum du immer lügst, ich weiß nicht. Ich muss nochmal deine Mama anrufen. Nein, bitte nicht, meine Mama. 3, 3, 4, 5. Aber es ist schön entspannt, oder? Muss man mal vom ganzen... Ja, es ist mal wieder was anderes, ne? Ja. Ich meine, jetzt sind wir mal auf Abenteuermodus und jetzt finde ich es entspannt, mal was zu bauen. Ich weiß auch nicht. Ich meine, es ist wieder so ein bisschen Back to the Roots, Feed the Beast Style. Ich will aber nicht zu Feed the Beast Roots. Also klar bin ich froh, wenn wir dann auch mal wieder Feed the Beast machen irgendwann, aber im Moment genieße ich das. Vor allem das Vögel switchern, weil ich mag Vögeln. Also Vögel. Ich weiß nicht, was heute los ist. Was heute pekse gedanken. Seit dem Olifantenwitz ist alles anders. Zwei, drei, vier, fünf. Das geht hier voll schlecht. Na, ich mach das wieder weg. Mein Chavo, hast du wieder irgendwas kaputt gemacht? Ne, aber hier ist so ein scheiß Hügel. Jetzt muss ich erstmal den Hügel gleich weg machen, weil sonst kann man da fast drüber hüpfen. Über die Mauern, das bringt es dann ja nicht so. Man könnte ja vielleicht an den Fluss noch irgendwie so eine Fischehütte bauen, wenn es sowas gibt. Oder eine Festung. Oder eine Festung. Oder ein Dwarfturm. Oder, ja, oder das. So, aber ich glaube, hier geht sich das echt nicht aus. Muss ein bisschen variieren mit der Höhe. Geht das so? Ach, hier geht es aber noch. Ist zwar jetzt so die Schwachstelle, aber es geht hier irgendwie noch. Solange du keinen Kanal baust. Genau, was aber? Wir machen gleich so Gitter hin. Oder so ein Schild hier, Schwachstelle. Ne, das machen wir ja an die falsche Stelle, dann fühlen die sich voll falsch auch nicht. Das machen wir da, wo die Mauer doppelt so dick ist. Das ist gemein, oder? Das ist echt gemein. Dann denken die, boah, sind die doof, schreiben die das dran und dann sind wir eigentlich voll die Schlauen. So, ja, gut. Das passt schon. Kann man schon so lassen, hätte ich gesagt. Oder schau, was sagst du? Ja, warte ich. Also, wie weit bist du? Du bist da hinten. Doch, das sieht schon ziemlich gut aus. Muss ich gleich mal zu dir schauen, mal schauen, ob ich das gleiche behaupten kann. Ich bin ein bisschen stolz. Ich habe mir das Gesamtkunstwerk angeguckt und da gehöre ich leider mit dazu. Ach so. Ob du das möchtest, oder? So. Schau mal. Ja, doch, kann man definitiv was in Mauer durchgehen lassen. Ich brauche noch einen Bürgermeister. Bürgermeister? Bürgermeister. Was macht der? Was sind so seine Aufgaben? Der macht Burger. Hier, Patty Burger und Minecraft Burger und Beef Burger und Was sind denn Patty Burger? Was? Keine Ahnung. Die hast du Spongebob. Kennst du nicht? Krabbenburger sind das? Ja, auf Englisch heißen die, aber Patty, glaube ich. Wofür steht Patty? Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung. Don't judge me. Das wird irgendwas mit Crab sein, oder? Nee, glaube nicht. Ich glaube echt, die heißen irgendwie irgendwas Patty. Patty Burger. Doch, ich glaube schon. Ich kenne Patty nur von den Simpsons. Ähm, nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Doch, ich glaube, doch, 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 ich glaube, ich habe recht. Ich traue dir generell ja gar nicht. Du hast mich schon zu oft verletzt. Hey. Aber nur mit meinem Diamantschwert. Ja, und ich mit der Malerrolle. Mit deinem Olifantenprügel. Ja. Das war vorhin auch nicht dieser Schläger von den Dunländern. Ach so. Ah, ich hänge unter der Decke fest. Nein, schau. Wo? Nicht schon wieder. Das Haus hat mich gefangen. Schau, wir sind gleich fertig. Das können wir noch kurz machen. Wieder ein bisschen längere Folge, aber. Ah, super. Ich mag das. Eins, zwei, drei, drei, vier, fünf. Nice. Drei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei. Boah, dann haben wir echt heute, also die ganzen Häuser, die wir heute gebaut haben, ja schon. Brauchen manche echt Jahre für. Waren wir fleißig. Mhm. Vor allem auch nicht getweetet oder so. Nö, gar nicht. Alles legal abbaus. Also ich könnte mich jetzt nicht dran erinnern, dass wir das mal gemacht hätten. Fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah, hier musst du aber wieder ein bisschen mit der Höhe variieren, ne? Ja, ja. Wenn man halt, wenn es hier im Block nach oben geht, dann gehe ich hier auch im Block nach oben. Dann gehe ich im Block nach unten. Alter. Wo Taktiker? Ja. Man nennt mich ja auch den Olifantentaktiker. Drei, vier, fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh. So. Ja, ist gut. Dann noch die Zinnen drauf, ne? Ja, jeden zweiten einmal so. Jetzt geht's wahrscheinlich nicht auf, weil jeder von der anderen Seite an. Wahrscheinlich. Ah, passt schon. Oder? Ja. Oh, nochmal so. Ja. So. Ah, so ist gut. Sehr gut. Boah. Perfekt. Kleiner Rundflug gefällig. Sieht doch gut aus, ne? Ja, kann man schon lassen, würde ich sagen. Für eine Ein-Tage-Stadt. Mhm. Ich meine, wir sind ja kein Gott, der die Welt in sieben Tagen erschaffen hat. Aber eine Stadt in einem Tag. Schon nicht schlecht. Guck mal, und hier von diesem Elbenhaus hast du extra Ausblick auf den Tisch, damit du sehen kannst, was es heute zu essen gibt. Das ist wie so Fernsehen, wo gekocht wird. Mhm. Da gibt's auch einen zweiten Stockwerk, oder? Ja. Warte mal kurz, war ich da schon? Da war ein Schlafzimmer drin. Und hier ist so geil. Hier wird auch irgendwo jemand, wo man anheuern kann. Ich glaub, ist die schon runtergegangen? Hallo? Hallo? Die haben sich bestimmt schon total verpisst hier. Die fühlen sich so wohl, die sind schlendern gegangen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Die haben jetzt hier Gondor, Rihanna. Die sind wahrscheinlich alle in der Hobbit-Taverne. Kuchen. Na gut, aber dann würde ich sagen, wir beenden die Folge hier. Ja. Nächstes Mal bauen wir vielleicht noch ein paar Häuser dazu. Was sagst du? Wir können das ja noch überlegen. Ja, genau. Wir verraten nichts. Eben. Schalte am besten ein, dann fahrt ihr selber. Genau. Also, bis dann. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.